Und Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Call of Jura's Gunslinger. Heute, Today, Bounty Hunter is still in my name. Und weiter geht's. Ah, okay, das sind Verbündete. Sie seien so entscheidend wie ich, um diese Ausländer zu finden. Aber als wir in diesen Schwampen, war es so, als ob ich meine eigene private Armee hatte. Es gab keine Chance, dass diese Jungs weggehen würden. Ich weiß nicht, dass sie das Zeitraum haben. Okay. Lassen Sie damit rote Fackeln nur mal, während es heller dauert ist. Von Wien je. Schieß mal an Formel 1. Gut. Gebracht hat das immer direkt nix. Und foggy as hell. Und da ist der Nebel. Okay. 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 Okay, die kann man nicht runterschießen. Gut. Schaut auch mal geil aus. Ah, da geht's weiter. Okay. Es war autumn. Die Mapletree waren in vollem Farbe. Rot als Blut. Okay. Schaut den Ahorn schön aus, ne? The rains that year were torrential. So the whole area was flooded. Okay. The vigilantes had spread out wide and pretty soon I couldn't see anybody. Geht's dann weiter? Geht's hier weiter? No. Da ist der letzte Wegborn. Vielleicht hier weiter? Up! Ja, das ist der Lanz. Gut, die hätten wir ja erwischt. Okay, hätten wir erwischt. Oh, ich hab gedacht, den hab ich mit einem Schuss erledigt hab. Egal. So, wie hast du die Daltons gefunden? Nicht yet. Aber ich hatte die Frage, dass ich ein paar von ihren Freunden treffen habe. Hm, das ist so wie ich. Mit zwei Händen. Also, zwei Stollen unterwegs sind. Schnell nachladen. Schaut friedlich aus. Schaut gunner. Schaut gunner? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das war wieder mit Stand. Das war fassel. Alter, wie viel Leute denn? Boah, wie viel halten denn die Dücken aus mit der Schrot? Oh, oh, oh. Oh, oh. Wohl nicht genug. Bei Freude. Ich hör was. Ich hör was. 1, 2, 3. Ja, haben wir ihn doch erwischt. Elemente, die Pullen. Die Stolen-Munitionen geben wir viel. Die wäre eher weniger. Die Stolen, die materialisiert ist, wie ich gerade vor meinen Augen habe. Ich schrambled auf den Top, um eine bessere Sicht zu bekommen. Materialisiert ist klar. So, gehen wir mit den Six-Shooter weiter. Ah, und da geht's rauf. Ja, komm. Ab. Das haben wir ja erlebt. Aber der Gott-Damn-Swamp war wie ein Gott-Damn-Maze. Und ziemlich schnell hatte ich keine Gott-Damn-Idee, wo ich war. Gott-Damn-Holl. Gott-Damn-Holl. Steve. Steve brennt ein. Und schnort eine. Klar. Ah. Die Indien haben mich von allen Seiten übergebracht. Indien? Indien? Es waren Indien? Nein. Ah. Na dann. Natürlich. Okay. Ja. S. D. A. Ja, Mann. Ja, Mann. Schafft's. Letzten Schuss. Auch erwischt. Kein Problem. Somebody kill that sumbitch. Sumbitch. Wo, 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 wo? Wo? Headshot. Jawohl. Geisong. elo 무beding. When in doubt, C4. So. Schilder. T4. Äh, Dynamit. Und tschüss. Noch eine Normal-Dynamit-Stange. Bomb. Das werden eigentlich wirklich wenig, ja? Ei, ei, ei. Und schnell dahin. Ein bisschen nachladen. Ei, ei, ei. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Da trifft ich gar nichts. Nicht, aber ich sehe die auch. Ey, es ist überhaupt nichts verbunden, das geht doch super. Ei, ei, ei. Ein bisschen in die Deckung gehen. Ich wusste, dass die Dalton-Boer da draußen sind. Sie standen zusammen gegen jemanden, der sie gefährden würde. Okay. So, vielleicht weiter. Oh, schaut einladend aus. Oh, das davon schaut überhaupt einladend aus. Das ist, wenn ich es gesehen habe. Das ist, wenn ich es sah. Das ist, ein verdammt steamboat. Ein verdammt steamboat? In einem Schwamm? Ja, Steve, aber das war nicht viel mehr als ein Wack, wirklich. Aber wie war ein verdammt steamboat in den Schwamm? Ja, es flogging nach dem Flüten von 89. Jetzt war es ein Stern-Wheeler oder ein Side-Wheeler? Was das wirklich macht eine Unterschiede, Steve? Es war ein steampoat mit einem verdammten Armee an Bord. Das ist eine Armee. Es war in der, dass ein Fuss-A-Land-Bullets kamen, die Ränen in den Flüten. Und die Vigilante, die mit dem Kumpel-Wheeler waren, waren nicht irgendwo zu finden. Aber in diesen Männern, woher ich mich gesehen habe, habe ich gesehen, dass ich einige ähnliche Gesichter gesehen gesehen habe. Okay, so. Er ist. Nachladen und, oh, da kommt er wieder an jetzt aus. Oh, das hat sich gelohnt jetzt an. Oh, yeah, yeah, yeah. Das Ding zerlegt es auch schon. Reach? No. Tada! Okay. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Was I am stubborn hell. Das ist fast langgezogen und noch verlaucht. Tada! Tada! Okay. Tada! Nein, immer noch nix. Der Motor. Da hat doch überhaupt nichts getroffen. Ei, ei, ei. Wer hat mich überrascht? Okay. Jetzt hier runter. Da nach oben. Das klingt doch echt nicht gut, das Schiff. Ah. Der wird mir doch nicht verarschen hier. Hm. Reach! Das war so klar. Das war so klar. Ei, ei, ei. Ich bin schon wieder. Aber ich habe meine Weg nach einer Labyrinth von Labyrinth. Proved to be quite a challenge. Es war ein hoher Boot, right? Es ist nicht wie es ein hoher Ocealiner war. Ja, aber ich war in a... Die Schiff, die nächste Woche wird eröffnen? Im Flogen. So, in any given ... Don't be stupid, Steve! They know what they're doing. They say that the Titanic is unsempath. Oh, Gott. But, in Richtung zu dieser Steambelt, wie du es ausfacertest, Herr Greene? Ich habe viel Smokat das heute, also ich meine Erinnerung könnte ein bisschen hazy sein. Aber in deiner Weise, ich habe endlich geschafft, zu verabschieden. Ich war auf Smokin' und bin ziemlich verdammt gefühlt. Ich war fertig mit den Fortschritten mit den Fortschritten. Es war Zeit, um das zu machen. Oh, ja. Boah, 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 ja. Boah, das ist sehr üble Waffen, der. Eih, die Witzker, eih, eih. Boah, die Glyphorne auch schon. Boah, 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 boah. Boah, bis zugelehnt, 19. Boah, bis zugelehnt, 19. 20, 20, komm. Bob und Gratt waren nicht mit mir zu kommen. Sie waren in diesem zusammen. Zwei Brüder, die Seite mit Seite, um mich nach unten zu nehmen. Ich bin sicher, dass diese Zeit, die Wahrscheinlichkeit auf ihren Seite waren. Okay. Ich hab An erwischt und er Mia. Okay, nochmal von vorne. Puh. Das ist aber wirklich übelst schwer. Den zwar wollen. Ich will ganz den, okay. Die Hand will auch schon wieder weg. Unmöglich, komm. Ja, die Hand ist schön. Die Hand ist schön. Die Hand ist schön. Die Hand ist gut. Die Hand ist gut. Ihr habt doch auch... Man! Gegen zwei! Hey! Okay. Das ist echt knifflig. Vor allem, das mit dem Fokus ist eine Sache bei dir. Okay. Hier, das mit der Hand geht, ja. Und... Oh ja! Puh! Aha! Ich glaube... Vind die Hand ist zu依 leten... und zum nächsten Mal. Das ist alles, was ich glaubst. Warum? Ich verstehe. Hörterlich. Als es, was ich gewidmet hat. Ich weiß es nicht, wirst du... Hören давайте. Das ist es nicht so, was ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es war 1868, und ich und meine alten Brüder waren ein Tidy Profit, um in Juárez zu fahren, Mexiko. Eine Nacht, nachdem meine Brüder verletzten, für die Nacht, habe ich ein kleines Poker in einer Cantina mit ein paar Cowboys. Und ich konnte einfach nicht verlieren. Ich habe sogar eine alte Spanische Körn, die 100 Jahre alt war. Ich war sehr glücklich mit mir, die nächsten Morgen, als meine Brüder und ich fiel für Texas. Aber bevor wir die Grenze, die Cowboys mit uns verletzten. Es war Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, und eine andere Arschung, nennen Jim. Sie wollten ihre Geld zurück, und alles andere, die wir hatten. Including unsere Leben. Als die Mädchen nicht wollen, dass wir nach ihnen kommen. Und ich wollte sie nach ihnen kommen. Bob, das alte Spanische Körn in meine Mund und sagte, »Ich werde nicht sagen, dass ich dich mit nichts verletzten, Junge.« »Ist die Körn in die Nacht«, die Körn in die Körn in die Mitte. Die Brüder sind weg. Die Brüder hat endlich gespürt, unter dem 3 von uns. Aber als meine alten Brüder waren größer und schwerer, sie waren bereits dead. Und dann habe ich mir gesagt, dass ich sie retten würde. Ringo, du kennst dich. Aber Bob hat mich verletzt, bis ich hörte, dass er mit der Wild Bunch war. Die Wild Bunch. Die Wilde Horde, auch bekannt als die Wilde Horde in... Sie nannten ihn Nobody? Keine Ahnung. Ein bisschen tragisch, aber... Naja... Der Wilde Westen halt. Im nächsten Teil geht's spannend weiter und bis dahin, Leute. Tschüss und bis zum nächsten Mal!